Die Illuminaten Wie der Kult Menschen programmiert Swali wurde als Programmiererin und Trainerin im Illuminatenkult benutzt. Sie und ihre Familie waren bis vor wenigen Jahren in die Kultgruppe verwickelt, bis sie endlich ausbrachen. Sie wurde eine Beraterin bei einer Online-Überlebensgruppe, die Leuten hilft, welche von Ritualmissbrauch und Kultprogrammierung betroffen sind. Swali, eine Schreiberin und eingetragene Krankenschwester, hat ein Buch über das Ausbrechen aus Kultprogrammierung selbst veröffentlicht, worüber verschiedene Experten sagten, es hat unschätzbare Informationen für die Überlebenden von Ritualm Missbrauch. Sie ist jetzt mit ihrem zweiten Mann verheiratet und hat zwei Kinder. Kapitel 1 Ein Überblick der Illuminaten Um Illuminatenkultprogrammierung zu verstehen, ist es zuallererst nötig, etwas über die Struktur und Philosophie der Organisation zu verstehen. Die Illuminaten sind eine Gruppe von Menschen, die einer Philosophie folgen, die bekannt ist als Illuminismus oder Erleuchtung. Die Illuminaten wurden einige hundert Jahre so genannt, doch reichen ihre Wurzeln und Geschichte bis zu den alten mystischen Religionen von Ägypten, dem alten Babylon und sogar Mesopotamien. Aus diesen alten Religionen, die über hunderte von Jahren im Geheimen praktiziert wurden, übernahmen die aufgekommenen esoterischen Gruppen diese Riten und Traditionen, die sie weiter praktizierten, von den Originalgruppen. Über die Jahrhunderte praktizierten diese Gruppen öffentlich in einigen Ländern und verdeckt in Ländern, wo Christentum oder andere Religionen ihren Praktiken gegenüberstanden. Einige dieser Gruppen, die aus diesen alten Wurzeln kamen, beeinhalteten die Orde der Tempelritter, der Rosenkreuzer, Barfumetismus und Ruidenkölte. Diese Gruppen waren die Vorläufer von modernem Illuminismus. Die ursprünglichen illuministischen Führer wählten die besten Praktiken jeder. Alten Religion kombinierten sie in Grundprinzipien und organisierten dann diese Prinzipien laut bestimmten Richtlinien. Heutiger Illuminismus ist eine Philosophie, die auf Reichtum begründet ist, aber in allen sozialen Bereichen praktiziert wird. Es ist eine Philosophie, deren Tentakeln sich über die ganze Welt verbreitet hat. Es fing mit der deutschen Linie der Rosenkreuzer an, breitete sich nach England aus und kam dann mit den ersten Siedlern in die Vereinigten Staaten. Die Illuminaten haben drei Zweige, die deutsche Linie, die die anderen überwacht, die britische Linie, die mit den Finanzen hantiert, und die französisch-russische Linie. Alle drei Zweige sind in den USA und Kanada vertreten, sowie in jedem Land der Welt. Wie sind die Illuminaten in den USA organisiert? Die Illuminaten haben Gruppen in jeder großen Stadt der USA. Sie kamen ursprünglich in Pittsburgh, in die USA, und von dort breiteten sie sich aus über die USA. Es gibt 18 Städte quer durch die USA, die als große Machtzentren der Illuminatenmacht und oder Einfluss gelten. Darunter Washington, D.C. und die umliegenden Gebiete Albany, New York, Pittsburgh, Phoenix, Seattle, Wash, Houston, Los Angeles und umliegende Gebiete Atlanta, New Orleans, Springfield. Andere Städte sind den Illuminaten auch wichtig, doch diese Städte schleusen Geld zu ihnen, führen Forschungen und oft haben regionale Räte dort ihren Sitz. Hierarchie der Illuminaten Die Illuminaten haben ihre Gesellschaft in extremen hierarchischen Strukturen oder Schichten, Levels organisiert. Die Illuminaten haben die Vereinigten Staaten in sieben geografische Regionen aufgeteilt. Jede Region hat ihren eigenen Rat, der aus 13 Mitgliedern besteht, mit je einem Vorstandsrat von drei Ältesten. Diese Regionen wirken zu Finanz-, Personal- und Unterrichtszwecken etweinander ein. Unterhalb jedes Regionalrates ist ein Lokalrat. Das ist ein Rat von 13 Mitgliedern, der Kopf davon sitzt im Regionalrat und gibt ihm Informationen über die lokalen Gruppen unterhalb der Führung. Der Lokalrat hat auch ein Vorstandsrat von drei Mitgliedern. Ein lokaler Führungsrat eines Großstadtgebietes könnte so aussehen. Kopf des lokalen Rates berichtet dem Regionalen Rat. Zwei Vermittler melden alle Aktivitäten unter Führung von ihm. Vier Verwalter überwachen Finanzen, verwalten, arrangieren Gruppen, Aktivitäten. Sechs Haupttrainer über Trainern in lokalen Gruppen trainieren andere Trainer. Unterhalb des oberen Führungsrates werden sechs Leute ernannt als Vermittler, welche auf die lokalen Treffen gehen, interagieren mit den lokalen Gruppenführern und erstatten dem Führungsrat Bericht. Anarchisches Level Die Schichten unterhalb des Führungsrates sind als anarchische Level bekannt. Unterhalb des lokalen Vermittlungslevel ist das lokale Gruppenlevel. Es sieht so aus, lokale Schwesterngruppen variieren in der Anzahl, je nach Größe der Stadt oder Städte in der Region. Ein riesiges Großstadtgebiet mag irgendwo zwischen 10 und 27 Gruppen haben. Jede Schwesterngruppe wird geführt von Einem hoher Priester oder hoher Priesterin, dieser Job rotiert alle drei Jahre, um verschiedenen Leuten in der Gruppe zu erlauben, die Führungsrolle zu erlangen. Jede Gruppe hat auch verschiedene Mitglieder mit besonderen Aufgaben in der Gruppe. Diese Aufgaben werden in Kapitel 2 erklärt. Eine Sache, die ich hervorheben möchte, ist die Tatsache, dass die Illuminaten heute generationaliert sind. Die Mitglieder sind in der Gruppe, die hoch organisiert ist, geboren, wie oben beschrieben. Das oben Diskutierte ist mit kleinen Variationen in den meisten großen metropolitanen Regionen der USA vertreten. Kleinere Bevölkerungszentren werden unter ähnlichen Richtlinien organisiert, aber werden umschirmt mit verschiedenen Städten in der Region, um einen lokalen Führungsrat zu erschaffen. Wie die Illuminaten Geld machen Die Illuminaten sind in vielen Gebieten des Geldverdienens involviert, weil sie ständige Finanzierungen brauchen, um zu überleben. Es gibt verschiedene illegale Unternehmungen, in die sie verwickelt sind, genauso wie legale. Drogenschmögel Die Illuminaten verbanden sich vor Jahren mit der Mafia und den Kolumbianern, um sich auszuhelfen und Drogen in die USA zu bringen. Sie versorgten auch Kuriere mit Drogen und Geld außerhalb der Staaten. Die Illuminaten sind allgemein reiche Geschäftsleute, welche vier Schichten von Leuten unter ihnen haben. Die untere vierte Schicht hat wirklich Kontakt mit mit den Leuten in der Drogenindustrie. Diese identifizieren sich niemals als Illuminaten, nur als Leute, die interessiert sind an Investing, mit garantiertem Profit und diese sind sehr verschwiegen. Dafür versorgen die lokalen Gruppen Leute, die bereit sind, als Kuriere zu arbeiten, mit Geld oder Drogen, sowie Leute, die lokale Operation entdecken. Pornografie Die Illuminaten haben in vielen Städten Verbindungen mit Pornografie, Prostitution, Kinderprostitution und weißen Sklavenverkäufen. Hier sind zwischen dem Wahlenmanagement und denen, die in den Aktivitäten engagiert sind, als Puffer auch mehrere Schichten präsent. Kinder kommen oft aus den lokalen Kultgruppen und wurden in Kinderprostitution unterrichtet, später Erwachsenen, Prostitution, sind fotografiert und gefilmt in jeder verfügbaren Art Pornografie, einschließlich Snufffilms und Gewaltfilme. Waffenschmuggel Die Illuminaten und andere Gruppen sind auch in internationalen Waffenhandel verwickelt. Die Illuminaten haben gut trainierte Kuriere, die internationale Staatsgrenzen überqueren. Diese Kuriere sind höchst verschwiegen und verraten ihre Quellen bei Verüben von Selbstmord oder Mordanschlägen nicht. Diese Leute sind andere mit noch zwei Pufferlagen von Leuten über ihnen Rechenschaft schuldig, bevor die Person der Illuminaten mit Geld gefunden ist, die hilft, es zu finanzieren. Kaufen von Zugangscodes für Militärcomputer Die Illuminaten haben Leuten aus allen Schichten des Zivillebens trainiert, um an Militärbasen irgendetwas aufzuschnappen. Eine typische Person kann als unschuldig aussehende Frau einer Militärperson benutzt werden, als lokaler Geschäftsmann oder sogar als College-Student. Dort gibt es eine Kontaktperson in der Basis, ebenso einen Illuminaten, der die Information zur Kontaktperson außerhalb bringt. Ab und zu wird die Kontaktperson mit Geld, Informationen oder Waren bezahlt. Die Codes der Militärcomputer werden unter willkürlichem Zeitplan geändert. Die Illuminaten haben wenigstens fünf oder sechs Kontaktpersonen in jeder großen Militärbasis, die sie unter Todesstrafe alarmieren, wenn die Codes zur Umstellung fertig gemacht werden. Die Illuminaten wollen Zugang zu Militärcomputern, weil ihnen das Zugang zu verschlossenen Daten in der ganzen Welt verschafft. Anheuern und Verkaufen von Attätern. Das wird weltweit praktiziert, mehr in Europa als in den Staaten. Diese Leute werden mit viel Geld bezahlt, um entweder ein privates oder politisches Attentat auszuüben. Das Geld wird entweder dem Attentäter gezahlt oder dem Trainer, gewöhnlich teilen sich die beiden das Honorar. Dem Attentäter wird für eine Weile Schutz in einem anderen Land angeboten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Wenn der Mord in Europa getan ist, kann er nach dem fernen Osten oder in die USA geschickt werden und umgekehrt, wenn der Mord in den USA erledigt wurde. Die Illuminaten haben eine große Arena von Plätzen und falschen Identitäten, um diese Leute zu verstecken, es sei denn, die wollen den Attentäter aus irgendwelchen Gründen loswerden. Dann wird er, sie geschnappt und wird sofort exekutiert. Söldner, Militärtrainer. Wisst ihr, wer Geld bezahlt und hergeht und paramilitärische Gruppen trainiert? Wer hat die Camps überall in Montana, Nevada und Nord Dakota trainiert? Wer wird gelegentlich seine Expertise offenlegen für eine große finanzielle Belohnung? Sie preisen sich nie als Illuminaten an, es sei denn, die Gruppe ist als sympathisch bekannt. Stattdessen sind sie harte, brautare, kalte Militärtrainer, die anbieten, diese Gruppen auszubilden für Geld oder sogar besser für das Versprechen, sich der Gruppe anschließen zu können, Loyalität als Belohnung für Wissen. Mehr und mehr paramilitärische Gruppen haben sich auf diese Weise in die Illuminaten eingebracht, ohne ihre volle Kenntnis, wer und was diese Gruppe wirklich ist. Das gibt den Illuminaten Gelegenheit, diese Gruppen zu überwachen, ihre Trainer berichten über sie und ihre Aktivitäten, und es kann nützlich sein, diese trainierten Militärgruppen zu haben, sodass diese eines Tages gerufen werden können. Banking. Die ursprünglichen Illuminaten waren Banker, und sie haben höchst geschulte Finanziers, um ihr Geld zu organisieren und sie schleusen ihre illegalen Gelder in angesehene Gruppen, Organisationen. Sie gründen auch Wohltätigkeitsvereine, Gemeindeorganisationen etc. und schleusen das Geld aus einer breiten Basis in diese Gruppen. Die Illuminaten sind besonders stolz auf ihr Geldmachen und auf ihr Manipulationsgeschick und auf ihre Fähigkeit, ihre Papierspuren Schicht um Schicht geschickt zu verdecken. Alle Bankingsbüren werden schließlich nach Belgien führen, dem Weltfinanzzentrum der Illuminaten. Das sind einige der großen Geldunternehmungen, in denen die Illuminaten engagiert sind. Sie haben eine Menge finanzieller Ressourcen, die ihren Unternehmungen Rückhalt geben, was bedeutet, dass sie in Wirklichkeit die besten Anwälte, Buchhalter etc. engagieren können, auch um ihre Spuren zu verwischen. Kapitel 2 Jobs bei den Illuminaten oder warum sie all die Zeit verschwenden, um Menschen zu trainieren. Um generationenübergriffene Programmierung zu verstehen, ist es hilfreich, dass man versteht, warum der Kult auf Probleme hinarbeitet, die die Programmierung in Menschen hineinbringt. Training bedeutet Zeit und Mühe und niemand, besonders kein Kultmitglied, wird diese Menge an Energiewehr schwenden, es sei denn dort wird ein Gewinn bei dem Investment sein. Hier ist ein kleiner Überblick von einigen gewöhnlichen Jobs in dem Kult. Der Kult hat eine sehr organisierte Hierarchie von Jobs. Damit alles glatt läuft, braucht der Kult wie jede große Organisation Leute, die gut trainiert in ihren Jobs sind, so gut trainiert, dass sie nicht mehr nachzudenken brauchen über ihre Aufgaben. Um Geheimhaltung zu bewahren, muss diese Gruppe unter Androhung von Todesstrafe Menschen vollständig einschwören, ihre Rollen nicht zu enthüllen. Der Kult will Mitglieder, die der Gruppe und ihren Lehren ganz und gar ergeben sind, die niemals Fragen stellen über die Befehle, die ihnen gegeben werden. Diese Eigenschaften von Kultmitgliedern und die Geheimnisbewahrung gegenüber der Außenwelt garantieren die Fortdauer des Kultes. Hier sind Beispiele von Jobs in dem Kult. Spitzel Diese Leute wurden trainiert, um Details und Gespräche mit fotografischer Erinnerung zu beobachten. Sie sind trainiert, um ihren lokalen Kultführern oder Trainern Bericht zu erstatten und rufen große Mengen von Informationen unter hypnotischer Trance zurück. Detailliertes Wissen über Gespräche oder sogar Dokumente kann oft auf diese Weise zurückgeholt werden. Sie werden oft als Spitzel benutzt, um Informationen aus Regierungssitzungen und in Kultmeetings zusammenzubringen. Züchter Diese Leute sind oft schon in der Kindheit ausgewählt worden, Kinder zu haben und zu züchten. Sie können wegen ihrer Brutlinie auserwählt werden und in arrangierte Hochzeiten gegeben werden oder in Kultverbindungen, um die Kinder zu erbauen. Ein Elternteil verkauft oft dem lokalen Kultführer den Service, ein Kind zu züchten als Gegenleistung für Vergünstigung und Status. Diese Kinder werden selten als Opfer benutzt, gewöhnlich werden sie anderen im Kult zur Adoption gegeben oder zum Großziehen, doch dem Züchter wird gesagt, dass jedes von ihr geborene Kind geopfert wurde, um zu verhindern, dass sie nach ihrem Kind sieht. Gelegentlich hat in anarchischem Kulten ein lokaler Führer ein Kind aus einer Inzestlier-Sohn. So ein Kind wird weggegeben oder getötet, aber der Mutter wird gesagt, dass das Kind einem entfernten Zweig gegeben wurde und dass es aufgegeben werden müsse. Prostituierte Prostituierte können männlich oder weiblich und jeden Alter sein. Sie wurden von frühester Kindheit an trainiert, einem oder mehreren Erwachsenen sexuelle Gefallen zu tun und als Gegenleistung werden die Eltern des Kindes oder ihre lokale Kultgruppe bezahlt. Ab und zu wird der Prostituierte vorübergehend einem Mitglied des Kultes gegeben als Belohnung für einen gut gemachten Job. Kinderprostitution ist ein großes Geschäft für den Kult und das Training sehr junger Kinder in dieser Rolle wird sehr ernst genommen. Kinderprostitution wird auch benutzt, um politische Figuren oder Führer außerhalb des Kultes zu erpressen. Pornografie Ein Kind, das in Pornografie, auch Bestialität, benutzt wird, kann auch beiderlei Geschlechts und jeden Alter sein. Auch Kinderpornografie ist ein großes Geschäft in dem Kult und enthält auch Snufffilms. Kinder sind in dieser Rolle vom Vorschulalter an trainiert, oft mit der Hilfe und Zustimmung der Eltern. Die Eltern werden bezahlt oder bekommen Vergünstigungen vom Kult als Gegenleistung für das Verkaufen ihrer Kinder oder das Erlauben, ihr Kind in diesem Bereich trainieren zu können. Medienpersonal Das sind sehr helle, wortgewandte Leute. Sie wurden zur Journalistenschelle gesandt und arbeiten nach dem Abschluss für lokale oder regionale Medien. Diese Individuen haben viele Kontakte mit der Organisation genau wie mit der Außenwelt. Sie schreiben Bücher und Artikel, die den Standpunkte der Illuminaten sympathisieren, ohne jemals ihre wahre Verbindung bloßzulegen. Sie tendieren zu einer befangenen, voreingenommenen Forschung in ihren Artikeln, favorisieren nur einen Standpunkt, nämlich die Existenz von DID, multiple Persönlichkeits-, Spaltung oder rituellen Missbrauch zu leugnen. Zum Beispiel interviewen sie nur Psychiater, Psychologen, die diesem Standpunkt auch vertreten und verzerren Fakten, um der allgemeinen Öffentlichkeit ein überzeugendes Bild zu geben. Wenn nötig lügen sie gerade herres oder erfinden Angaben, um ihren Standpunkt zu unterstützen. Da gibt es Mitglieder von Gruppen, die dahingehend trainert werden, die öffentliche Meinung auf die Nicht-Existenz des Kultes hinzubewegen, H-Kult existiert nicht, keine vernünftige Person würde dieser, Maßenhysterie, glauben. Die Illuminaten glauben, wenn sie die Medien kontrollieren, sie das Denken der Maßen kontrollieren. Aus diesem Grund trainieren sie Medien, Personal sehr sorgfältig. Helfer bei Ritualen Reiniger machen peinlich genau sauber nach Ritualen. Sie scheuern den Platz nach der Zeremonie, räumen auf etnen. Ihnen wurde dieser Job seit dem Vorschulalter beigebracht. Vorbereiter stellen Tische und Kerzen auf, bereiten Tücher vor und sorgen schnell und effizient für das Drum und Dran. Dieser Job wird von früher Kindheit angelernt. Vorleser lesen aus dem Buch der Illuminaten oder aus Archiven der lokalen Gruppe. Auch bewahren sie Kopien geheimer Literatur in einem Tresorraum auf und sind in alten Sprachen ausgebildet. Vorleser sind wegen ihrer klar sprechenden Stimmen und der Fähigkeit, wichtige Passagen zu dramatisieren und nach außen zu bringen, sehr wertvoll. Schnittern wurde gelehrt, Tier- oder Menschenopfer zu sezieren, zerlegen, sie sind auch bekannt als die Slicers and Dicers des Kults. Sie können einen Mord schnell, emotionslos und effizient erledigen. Sie sind von früher Kindheit entrainert. Sänger singen, schwingen oder leiten Chöre geheimer Lieder bei hochheiligen Ereignissen. Hohe Priester, Priesterinnen. Die Person, die diesen Job innehat, wird in den meisten Gruppen alle paar Jahre ausgewechselt, obwohl er in kleineren, ländlichen Gruppen länger ausgeübt werden kann. Diese Leute verwalten und führen ihre lokalen Kultgruppen und koordinieren Jobs in dem Kult, geben Anweisungen und erreichen Termine von Treffen weiter, die von der lokalen Hierarchie oder dem Führungsrat gegeben wurden. Sie aktivieren auch das Telefonnetz der lokalen Gruppe, beurteilen ihre lokalen Gruppenmitglieder bei der Verrichtung der Jobs und leiten alle spirituellen Aktivitäten. Sie berichten dem lokalen oder regionalen Führungsrat über ihre Gruppe. Trainer. Diese Leute unterrichten Mitglieder der lokalen Gruppe ihre zugewiesenen Jobs und überwachen die Ausführung dieser Jobs auf lokalen Gruppentreffen oder nach einer gestellten Aufgabe. Diese Leute erstatten den hohen Priestern, Priesterinnenbericht über ihre Gruppe, sowie dem lokalen Haupttrainer auf der Führungsratsversammlung. Bestrafer. Das sind Leute, die Mitglieder, welche die Regeln brechen oder außerhalb oder über ihren Autoritäten handeln, brutal bestrafen, disziplinieren. Sie werden von den anderen Kultmitgliedern allgemein verachtet, obwohl sie von den hohen Priestern oder Priesterinnen für einen gut gemachten Job gelobt werden. Normalerweise physisch stark wenden sie jede als notwendig erachtete Methode an, um eine Wiederholung des unerwünschten Benehmens zu verhindern. Bestrafung, öffentlich oder privat, hängt ab von der Schwere der Verletzung. Jede lokale Gruppe hat mehrere Bestrafer. Spürhände. Diese Leute haben ein Auge auf Mitglieder, die versuchen, ihre lokale Gruppe zu verlassen. Ihnen wird beigebracht, Hunde zu führen, Waffen zu handhaben und alle notwendigen Techniken des Aufspürens zu gebrochen. Sie sind auch erfahren bei der Nutzung des Internet, um Aktivitäten einer Person zu überwachen. Sie können Spuren von Kreditkartennetzung und geschriebenen Schecks zurückverfolgen und wenden noch andere Methoden an, um vermisste Personen zu finden. Lehrer. Diese Leute unterrichten Klassen von Kindern, um Kultphilosophie zu indoktrinieren, Sprachen und spezielle Bereiche von Anstrengung. Kinderbetreuung. Diese Leute kümmern sich um sehr junge Kinder, wenn die Erwachsenen auf lokalen Gruppentreffen sind. Gewöhnliche Betreuung ist nur für junge Säuglinge. Nach dem Alter von zwei Jahren werden Kinder routinemäßig in verschiedenen Formen von Gruppenaktivitäten engagiert, die vom Trainer der jüngsten Kinder geleitet wird. Säuglingsbetreuer sind gewöhnlich ruhig und effizient. Kuriere. Diese Leute schmuggeln Waffen, Drogen oder illegale Artefakte über Staatsgrenzen. Gewöhnlich sind es Leute, die jung und allein sind, ohne Verantwortung außerhalb. Sie sind trainiert in der Benutzung von Feuerwaffen, um aus schwierigen Situationen herauszukommen. Sie müssen zuverlässig und imstande sein, jedes auftauchende Hindernis auszuschalten. Kommandierende Offiziere. Diese Leute beaufsichtigen das Militärtraining in den lokalen Gruppen und stellen sicher, dass diese Übungen reibungslos ablaufen. Sie vergeben Jobs an unter ihnen Stehende und sind dem lokalen Führungsrat verantwortlich. Im Rat ist mindestens ein Mitglied der Militärabteilung der Illuminaten. Zusätzlich gibt es dort viele militärverwandte Jobs unter den kommandierenden Offizieren. Verhaltenswissenschaftler. Diese Individuen überwachen oft das Training in lokalen und regionalen Gruppen. Diese Studenten des menschlichen Verhaltens sind stark involviert im Datensammeln und Menschenversuchen im Namen der Suche des Wissens von menschlichem Verhalten auf wissenschaftlichem Gebiet. Sie sind meist kühle, methodische, unpersönliche Leute und wenden jede beliebige Methode an, um Trauma und seine Auswirkungen auf die menschliche Persönlichkeit zu studieren. Ihr Hauptinteresse kreist um die Durchführung von Programmierung und Kultkontrolle in einer effizienteren und dauerhaften Art und Weise. Es gibt viele andere Jobs in dem Kult. Der Kult verwendet wirklich ein bisschen von seiner Zeit, um Leute zu bekommen, die diese Jobs freiwillig tun, was davon kommt, dass der Kult Leute programmiert, die glauben, sie erweisen ihrer Familie und der Welt einen Dienst. Die Wahrheit ist natürlich, dass das Individuum von dem Kult missbraucht und ausgenutzt wird. Kapitel 3, Verschwörungstheorie 2, oder der Illuminatenplan, die Welt zu beherrschen, auch bekannt als Novus Ordem Seclorum. Bevor die eigentlichen Programmierungstechniken besprochen werden können, ist es wichtig, die tieferliegende Philosophie zu verstehen, warum die Illuminaten Menschen programmieren. Alle Gruppen haben Ziele und die Illuminaten sind keine Ausnahme. Geld machen ist nicht ihr Entziel, es ist eine Mittel zu einem Ende. Dieses Entziel ist nichts weniger, als die Welt zu beherrschen. Die Illuminaten legen ihre Pläne ähnlich fest, wie sie Sowjetunion früher mit 5-Jahres- und 10-Jahres-Plänen. Darum glauben die Illuminaten an sich selber und ihre Mitläufer glauben, es wäre die reine Wahrheit. Ob sie tatsächlich Erfolg haben, ist etwas ganz anderes. Das folgende ist die Illuminatenagenda auf allen Levels der Illuminaten. Wie mit jedem Ziel haben die Illuminaten besondere Maßnahmen, die sie planen durchzuführen, um ihre Ziele zu erreichen. Kurz, jede Region der USA haben Nervenzentren oder Machtbasen für regionale Aktivität. Die USA wurden in sieben große geografische Regionen aufgeteilt. Jede Region hat Lokalitäten, das Militärgelände enthält und Basen, die versteckt sind in unzugänglichen, isolierten Gebieten oder auf großen Privatbesitz. Diese Basen werden periodisch genutzt, um Illuminaten in Militärtechniken zu unterrichten und zu trainieren, sowie im Kampf Mann gegen Mann, Maßenkontrolle, Benutzen von Waffen und allen Aspekten der militärischen Kriegsführung. Warum? Weil die Illuminaten glauben, dass unsere Regierung, genau wie die Regierungen der meisten Nationen rund um die Welt bestimmt sind, zusammenzubrechen. Sie planen Zusammenbrüche und das wird passieren auf folgende Arten. Die Illuminaten haben zuerst einen Finanzkollaps geplant, gegen den die große Depression wie ein Picknick aussieht. Das wird durch das Manövrieren der großen Banken und Finanzinstitute der Welt geschehen, sowie durch Aktienmanipulation und Änderung der Zinssätze. Die meisten Leute werden bei der Bundesregierung durch Bank- und Kreditkartenschulden etc. verschuldet sein. Die Regierungen werden alle Schulden sofort zurückrufen, doch die meisten Leute sind unfähig, zu bezahlen und werden bankrott gehen. Das wird eine allgemeine finanzielle Panik. Verursachen, die weltweit gleichzeitig stattfindet, weil die Illuminaten fest daran glauben, Menschen mit Finanzen kontrollieren zu können. Als nächstes wird eine militärische Übernahme kommen, Region für Region, da die Regierung den Notstand erklärt und Militärrecht einführt. Die Leute bekommen Panik, da wird es in den meisten Orten einen anarchistischen Zustand geben und die Regierung wird ihre Vorgehenswürse als notwendig rechtfertigen, um die panischen Menschen unter Kontrolle zu halten. Die kulttrainierten Militärführer und Leute unter ihrer Führung werden Waffen benutzen und Maßenkontrolltechniken, um diesen neuen Zustand herbeizuführen. Darum haben so viele Überlebende unter 6 und 30 Jahren militärische Programmierung. Leute, die keine Illuminaten sind oder die nicht mit ihnen gemeinsame Sache machen, werden sich widersetzen. Die Illuminaten erwarten das und werden und sind trainiert, wie mit dieser Eventualität umzugehen ist. Sie trainieren ihre Leute im Kampfmann gegen Mann, Maßenkontrolle und wenn nötig werden sie töten, um die Maßen unter Kontrolle zu bekommen. Der Illuminat trainiert seine Leute, um auf jede mögliche Reaktion bei der Übernahme vorbereitet zu sein. Viele Opfer von Bewusstseinskontrolle werden auch mit vorinstallierten Kommandocodes in die Pflicht genommen. Diese Codes beabsichtigen, ein vollkommen kultergebendes System einzusetzen. Zertrümmerungscodes unter Trauma programmiert werden benutzt, um nicht kultloyale Abspaltungen zu zerstören oder zu begraben. Militärbasen werden in jeder Lokalität eingerichtet, eigentlich sind die schon da, aber versteckt. In den nächsten Jahren werden sie zum Vorschein kommen. Jede Lokalität wird regionale Basen und Führer haben, denen sie verantwortlich sind. Die Hierarchie wird voll und ganz die jetzige geheime Hierarchie widerspiegeln. Vor über 5 Jahren, als sich die Illuminaten verließ, waren ungefähr ein Prozent der US-Beölkerung entweder Teil der Illuminaten, sympathisierten mit ihnen oder waren Opfer von Bewusstseinskontrolle und deshalb benutzbar. Obwohl sich das nicht sehr viel anhört, stell dir vor, ein Prozent der Bevölkerung ist hoch trainiert im Waffengebrauch, Maßenkontrolle, psychologischen und Verhaltenstechniken, bewaffnet und verbunden mit paramilitärischen Gruppen. Die Illuminaten glauben fest daran, dass sie die restlichen 99 Prozent der Bevölkerung leicht überwältigen können, da die meisten untrainiert sind oder wenig trainiert, wie Wochenendjäger. Sogar das lokale Militär wird überwältigt, da die Illuminaten regionale Zellen haben mit hochtrainierten Führern. Sie zählen genauso zum Überraschungselement, um ihnen bei der Übernahme zu helfen. Viele der höchsten Führer in der Militärabteilung der Illuminaten sind oder haben Offiziere im Militär und haben so schon ein guter Kenntnis, mit welchen Techniken die Verteidigung einer Region oder Lokalität am besten übernommen werden kann. Nach der militärischen Übernahme wird der allgemeinen Bevölkerung die Chance gegeben, entweder Partei für die Sache der Illuminaten zu ergreifen oder es abzulehnen, Gefängnis, Qualen, sogar Tod sind mögliche Bestrafungen. Leute glauben sehr, dass sie intelligent oder erleuchtet oder illuminiert sind, geboren um zu herrschen. Sie sind arrogant und halten die allgemeine Bevölkerung für dumme Schafe, die leicht zu führen sind, wenn eine starke Führung sowie finanzielle Hilfe in einer unstabilen Weltwirtschaft angeboten werden und schreckliche Konsequenzen drohen, wenn die Person rebelliert. Ihre äußerste Rücksichtslosigkeit und Fähigkeit, diese Agenda auszuführen, sollte nicht unterschätzt werden. Die Bänke der Illuminaten, wie zum Beispiel die Rothschilds, die Wanderbills, die Rockefellers, die Carnegie's und die Männens selbst werden sich zeigen und anbieten, die sich abstrampelnde Weltwirtschaft zu retten. Ein neues monetäres Wächersystem, das auf einem internationalen Geldsystem basiert, zwischen Kairo, Ägypten und Brüssel, Belgien, wird eingeführt werden. Eine richtige, eine Welt, Wirtschaft, wird Realität und erzeugte Szene nach der einen Welt, Ordnung. Bei der Illuminatenagenda spielt noch mehr eine Rolle, doch das sind die Grundlagen von ihr. Diese Agenda ist es, wofür die Illuminaten richtig, wirklich glauben, lehren und trainieren. Sie sind willens, im Einklang mit dieser Sache zu leben, um die nächste Generation zu trainieren, weil sie glauben, dass ihre Kinder ihre Erben sind. Mir wurde erzählt, dass die Generation meiner Kinder diese Übernahme irgendwann im ein- und zwanzigsten Jahrhundert erleben würde. Zurzeit haben die Illuminaten heimlich und leise ihren Übernahmeplan mit ihren Zielen gepflegt durch die Infiltration von Erster den Medien. Zweiter dem Bankensystem. Dritter dem Erziehungssystem. Vierter der Regierung, lokale und föderale. Fünfter den Wissenschaften. Sechster den Kirchen. Sie sind jetzt dabei, diese sechs Gebiete zu übernehmen. Sie arbeiten schon einige hundert Jahre daran. Sie gehen nicht zu einer Institution und sagen, hi, ich bin ein örtlicher Illuminat und ich würde gerne ihre Bank übernehmen. Dadurch, dass sie verschiedene Leute haben, die über mehrere Jahre heimlich Gelder investieren, kaufen sie allmählich mehr und mehr Anteile der Bank oder andere Institute, die sie kontrollieren wollen, bis sie ein finanzielles Kontrollrecht haben. Sie geben niemals ihre Agenda oder ihre Kultaktivitäten öffentlich bekannt. Sie sind als christlich erscheinende Geschäftsführer in der Gemeinschaft hoch angesehen. Das Bild der Gemeinschaft ist das wichtigste für einen Illuminaten. Sie tun alles, um eine normale, respektierte Fassade aufrecht zu erhalten und verachten es, bloßgestellt zu werden. Auf einem Führungstreffen einer großen Stadt, wo ich Mitglied war, wurde gesagt, einer ein Chef einer lokalen kleinen Geschäftsverwaltung, einer ein CEO einer Verteidigungsfirma der Regierung, einer. Ein Rektor einer christlichen Schule, einer stellvertretender Bürgermeister deiner Stadt, einer Journalist, eine Krankenschwester, einer Doktor, einer Verhaltenspsychologe, einer Armeeoberst und einer Einmarinekommandeur. Alle außer einer gehen wöchentlich in die Kirche, alle sind hoch angesehen in der Gemeinschaft. Keiner von denen wird als böse erscheinen oder ist auffällig. Wenn du sie persönlich triffst, würdest du vielleicht diese intelligenten, liebenswerten, sogar charismatischen Leute sofort mögen. Das ist ihre größte Tarnung, wo wir oft das große Böse erwarten, um als Böses zu erscheinen, geführt von Medienvorführungen des Bösen, wo das Gesicht sich verändert und das Benehmen der Menschen oder wo sie markiert sind wie der biblische Kein. Keiner der Illuminaten, die ich kannte, hatte unfreundliches oder böses Erscheinen in ihrem Tagesleben, obwohl einige Probleme hatten, zum Beispiel Alkoholiker waren. Die Trennung, die die Illuminaten betreiben, ist zurzeit ihr größter Schutz, unentdeckt zu bleiben. Viele, wenn nicht die meisten dieser Leute sind sich des großen Bösen, in das sie während der Nacht verwickelt sind, vollständig unbewusst. Es gibt andere Gruppen, die eigentlich nicht Teil der Illuminaten sind, doch die Illuminaten sind sich ihrer bewusst. Die Illuminaten sind nicht die einzige Gruppe, die esoterische Praktiken oder Kriegsführung alter Gottheiten oder Dämonen anwendet. Sie unterstützen Spaltungen zwischen den verschiedenen Gruppen, Teile und Herrscher ist eine ihrer Prinzipien und sind nicht beunruhigt wegen anderer Gruppen. Stattdessen heißen sie diese in ihrem Umfeld oft willkommen. Das passierte in den letzten Jahren immer mehr, weil die Illuminaten mit ihren Trainern handeln, die als die besten bei den meisten geheimen Gruppen angesehen sind, im Tausch für Loyalität zu den Illuminaten. Sie schicken ihre Trainer zu diesen Gruppen und die Trainer berichten den lokalen Führungsrat darüber. In der politischen Arena investieren die Illuminaten beide Seiten, weil ihre größte Maxime ist, dass aus dem Chaos Ordnung kommt, oder die Disziplin der Anarchie. Darum schickten sie Waffen zu beiden Seiten der großen Weltkriege des letzten Jahrhunderts und finanzierten diese. Sie glauben, dass Geschichte ein Spiel ist, wie Schach, das nur aus Strategie, Kämpfen, Konflikt und Erprobung das Starke entsteht. Ich stimme nicht länger mit dieser Philosophie überein, aber zu einer Zeit tat ich es mit meinem ganzen Herzen. Hoffentlich wird, wenn diese Leute und ihre Agenda entlarvt werden, der einfache Mensch aufstehen gegen diese geplante Herrschaft, die einer arglosen Menschheit aufgedrängt werden soll. Kapitel 4 – Ein Überblick über einige Grundtypen von Programmierung In den ersten Kapiteln erklärte ich Illuminismus, seine Reichweite und einiges der Philosophie, Unternehmungen, die Geld machen und Agendas, die erklären helfen, warum sie Menschen programmieren. Ich glaube, dass dies als Einleitung für die nächsten Kapitel wichtig ist, um zu verstehen. Die Programmiertechniken, die ich beschreiben werde, nehmen eine unglaubliche Menge an Anstrengungen, Zeit, Hingabe und Planungen seitens des Kultes in Anspruch. Nur eine sehr motivierte Gruppe von Leuten wird diese Mühen auf sich nehmen, um das zu tun. Diese Kapitel zu schreiben ist sehr schwer für mich als Individuum, denn meine Rolle im Kult war die einer Programmiererin. So waren die besonderen Verfahren, über die du lesen wirst, oft jene, die ich normalerweise bei der Programmierung der Opfer anwendete. Weder tue ich diese Dinge heute noch, noch beschönige ich das Tun. Ich schreibe dieses Buch, weil ich glaube, dass Therapeuten, die mit den Opfern arbeiten, wie auch die Überlebenden selber es verdienen zu wissen, was den Menschen angetan wurde und wie es getan wurde. Schließlich möchte ich auch einige Anregungen geben, wie Programmierungen, die der Kult in die Opfer setzt, rückgängig gemacht werden können. Zuerst möchte ich gerne unabsichtliche Programmierung und absichtliche Programmierung ansprechen. Dies wird auch das Umgebungsmilieu genannt, in dem das Kind aufwächst. Unabsichtliche Programmierung Die Programmierung eines illuminaten Kindes fängt oft vor seiner Geburt an, dies wird später erläutert werden. Sobald es aber geboren ist, wird das ganze Umgebungsmilieu des aufwachsenden Kindes zu einer Form von Programmierung. Oft wächst das Kind in einer Familienumgebung auf, die Verlassenheitsgefühle tagsüber mit Funktionsstörung bei den elterlichen Figuren verbindet. Das Kind lernt bald, dass die Nachtsetten und Kultaktivitäten das eigentlich Wichtige sind. Dem Kind kann Aufmerksamkeit vorenthalten werden oder es kann sogar am Tag missbraucht werden, es wird nur als etwas Besonderes behandelt oder von einem Elternteil gesehen, wenn sich die Familie am Kultureplatz befindet. Dies kann zu sehr jungen Abspaltungen rund um die Kernperson führen oder Kernspaltungen, die sich unsichtbar fühlen, verlassen, abgelehnt, unwürdig der Liebe oder Aufmerksamkeit, oder dass sie nicht einmal existieren, außer wenn sie eine Aufgabe für ihre Familie verrichten. Ein weiterer Milieu- und Konditionierungsprozess, dem das Kind ausgesetzt ist, ist, dass die Erwachsenen um sie ihn herum widersprüchlich sind, da die Erwachsenen in einer Generationskultfamilie fast immer auch multiple oder gespalten sind. Dies richtet eine Realität für das Baby-Kleinkind in der Weise ein. Dass die Eltern zu Hause auf die eine Art Handeln, auf eine gänzlich unterschiedliche Weise im Kult treffen und zusätzlich noch anders in der normalen Öffentlichkeit. Da dies die frühesten Erfahrungen des Kleinkindes von Erwachsenen und Erwachsenenverhaltensweisen sind, hat es keine andere Wahl als diese Realität zu akzeptieren, in der die Menschen in schrecklich unterschiedlichen Weisen an verschiedenen Schauplätzen handeln. Obwohl unbeabsichtigt, setzt das Kind durch Nachäffung der sie umgebenden Erwachsenen dies für spätere Trennungen ein. Absichtliche Programmierung Absichtliche Programmierung eines Kindes bei den Illuminaten beginnt oft schon vor der Geburt. Vorgeburtliche Spaltung ist im Kult gut bekannt, da der Fötus sehr dazu taugt, in der Gebärmutter aufgrund eines Traumas gespalten zu werden. Dies geschieht üblicherweise zwischen dem siebten und neunten Monat der Schwangerschaft. Benutzte Verfahren umfassen, Lautsprecher auf den Unterleib der Mutter setzen und laute, unharmonische Musik spielen, wie einige moderne klassische Stücke oder sogar Wagner-Opern, laute Rockmusik ist auch benutzt worden. Andere Methoden sind, die Muttermengen bitterer Substanzen essen zu lassen, um die Fruchtflüssigkeit bitter zu machen oder den Fötus in der Gebärmutter anzubrüllen. Der Unterleib der Mutter kann auch geschlagen werden. Leichte Elektroschocks in den Unterleib können angewendet werden, besonders wenn die Geburt bevorsteht, und können benutzt werden, um Wehen zu verursachen oder sicherzustellen, dass das Kind an einem zeremoniellen Feiertag ausgetragen wird. Gewisse weheninduzierende Medikamente können auch gegeben werden, wenn ein bestimmtes Geburtsdatum gewünscht wird. Nach der Geburt beginnen sehr früh verschiedene Tests, üblicherweise während der ersten paar Lebenswochen. Die Trainer, denen gelehrt wurde, gewisse Qualitäten im Kind zu suchen, werden es auf ein Samtisch auf einen Tisch legen und seine Reflexe zu unterschiedlichen Reizen überprüfen. Seine Kraft, wie es auf Hitze, Kälte und Schmerz reagiert, alles wird geprüft. Verschiedene Babys reagieren unterschiedlich und die Trainer suchen nach Spaltungsfähigkeit, schnellen Reflexen und schnellen Reaktionszeiten. Diese sind vielversprechend für frühe Spaltung des Kindes bei diesen Tests. Das Kind wird auch missbraucht werden, um Fragmente zu schaffen. Methoden von Missbrauch können sein, rektale Sonden, wiederholte anale Vergewaltigung, Elektroschocks auf niedrigem Level in die Finger, Zehen und Genitalien, Schnitt, Verletzungen an den Genitalien unter rituellen Umständen, bei älteren Kleinkindern. Das Augenmerk liegt im Beginn der Spaltung, bevor sich ein Selbstbewusstsein entwickeln kann und in der Gewöhnung des Kindes an Schmerzen und an reflexive Trennung durch den Schmerz, ja, sogar Babys können abspalten, ich habe es immer wieder gesehen, sie werden blass und fahl oder glasig, angesichts des kontinuierlichen Traumas. Isolations- und Verlassenheitsprogrammierung werden manchmal ebenso in einem rudimentären Sinn begonnen. Das Kind wird meist während des Tages verlassen oder es wird vom Erwachsenen absichtlich ignoriert, dann aufgehoben, besänftigt, gewaschen und mit Aufmerksamkeit versehen, dies im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf ein rituelles oder Gruppentreffen. Dies wird gemacht, damit das Kind Liebe und Aufmerksamkeit mit den nächtlichen Treffen verbindet und der Bindungsprozess zum Kult oder zur Familie verstärkt wird. Das Kind wird lernen, mütterliche Aufmerksamkeit mit der Teilnahme an Ritualen zu verbinden und es wird schließlich Kulttreffen mit dem Gefühl von Sicherheit erleben. Wenn das Kind älter wird, etwa 15 bis 18 Monate, werden vermehrt Spaltungen herbeigeführt, indem sowohl die Eltern wie auch Kultmitglieder das Kind nun methodischer missbrechen. Dies geschieht durch abwechselndes Besänftigten und Schmusen mit dem Kind, gefolgt von Elektroschocks in seine Glieder, man lässt das Kind aus der Höhe auf eine Matte fallen und es wird ausgedacht werden, wie es dort erstaunt und erschreckt weinend liegt. Es kann bestimmte Zeit in einen Käfig gesperrt oder der Isolation ausgesetzt werden. Verweigerung von Nahrung, Wasser und Grundbedürfnissen kann später in diesem Stadium beginnen. Alle diese Methoden dienen der absichtlichen Spaltung im Kind. Das Kind dieses Alters kann zu Gruppenversammlungen mitgenommen werden, wird aber außerhalb von besonderen Ereignissen oder Festen bleiben und noch keine aktive Rolle im Kultgeschehen haben. Die Kleinkinder sind üblicherweise bei einem Kultmitglied in Obhut, das sie während der Aktivitäten der Gruppe hütet. In dieser Aufpasserelle wechseln sich gewöhnlich niedrigere oder Teenager-Mitglieder ab. Im Alter zwischen 20 und 24 Monaten kann das Kleinkind mit den Schritten der Disziplin anfangen, die die Illuminaten ihren Kindern beibringen. Es hängt von der Gruppe, dem Elternteil, dem Trainer und vom Kind ab, mit welchem Alter es damit beginnt und kann variieren. Diese Schritte der Disziplin würden besser Schritte von Folter und Missbrauch genannt werden, weil ihr Zweck die Schaffung eines stark gespaltenen Kindes ist, ohne Zugang zu seinen Gefühlen, das vollkommen und bedenkenlos dem Kult treu ist. Die Reihenfolge der Schritte kann auch je nach den Launen des Trainers oder der Eltern variiert werden. Ich werde zuerst die ersten fünf Schritte der Disziplin besprechen. Anmerkung, diese Schritte können sich etwas von Region zu Region unterscheiden, aber die meisten folgen diesem Umriss zumindest grob, auch wenn nicht in der gleichen Reihenfolge. Erster Schritt, nichts zu brauchen Das Kleinkind wird in einem Zimmer ohne Sinnesritz gebracht, üblicherweise ein Schulungsraum mit grauen, weißen oder beigen Wänden. Der Erwachsene geht fort und das Kind wird gewisse Zeit allein gelassen, dies kann sich um Stunden handeln bis zu einem ganzen Tag, wenn das Kind schon älter ist. Wenn das Kind den Erwachsenen darum bittet, zu bleiben und nicht zu gehen, oder schreit, wird es geschlagen und es wird ihm gesagt, dass die Zeiträume der Isolation größer werden. Bis es lernt, aufzuhören schwach zu sein. Durch den scheinbaren Zweck dieser Disziplin soll das Kind lernen, sich auf seine eigenen inneren Hilfsmittel zu verlassen und nicht auf Leute von außen, verstärke es. Was es wirklich bewirkt, ist ein riesiger Schrecken von Verlassenheit innerhalb des Kindes. Wenn der Erwachsene oder Trainer zum Zimmer zurückkehrt, wird das Kind oft sich wiegend oder in einer Ecke kauernd gefunden, fast katatonisch vor Angst. Der Trainer wird dann das Kind befreien, ihm etwas zu essen und zu trinken geben und sich dem Kind als sein Erretter darstellen. Der Trainer wird ihm sagen, dass die Familie dem Trainer befahl, das Kind zu befreien, weil seine Familie es liebt. Der Trainer wird dem hilflosen, verängstigten und fast wahnsinnig dankbaren Kind, welches gerade von der Isolation befreit wurde, an diesem Punkt kultleren Einflößen. Der Trainer wird dem Kind immer wieder verstärken, wie sehr es seine Familie nötig hat, die es gerade von Tod, Verhungern oder Preisgabe befreite. Dadurch wird das sehr junge Kind lernen, Bequemlichkeit und Sicherheit damit zu verbinden, an seinem Trainer zu hängen, der einer seiner Eltern sein kann und Mitglied der Familie zu sein. Der Kult ist sich Kinderentwicklungsprinzipien sehr bewusst und hat Anwendungen wie die obigen nach hunderten von Jahren des Schulens sehr junger Kinder entwickelt. Zweiter Schritt, nichts zu wollen. Dieser Schritt ist dem ersten sehr ähnlich und verstärkt ihn eigentlich. Er wird abwechselnd mit dem ersten Schritt über die nächsten paar Lebensjahre des Kindes gemacht. Wieder wird das Kind allein in einem Schulungsraum oder isoliertem Zimmer ohne Nahrung und Wasser für eine lange Frist belassen. Ein Erwachsener wird den Raum mit einem großen Krug Eiswasser oder Nahrung betreten. Wenn das Kind um jenes bittet, während der Erwachsene vor den Augen des Kindes ist oder trinkt, wird es streng bestraft, weil es schwach und bedürftig ist. Dieser Schritt wird verstärkt, bis das Kind lernt, nicht um Nahrung oder Wasser zu bitten, außer wenn es zuvor angeboten wird. Der scheinbare Grund, den der Kult für diesen Schritt angibt, ist, dass es ein starkes Kind schafft, ohne Nahrung und Wasser für immer längere Fristen auszukommen. Der wirkliche Grund ist aber, ein Kind zu schaffen, das vollkommen von seinen eigenen Bedürfnissen an Nahrung, Wasser oder anderen Bequemlichkeiten getrennt ist, ein Kind, das sich fürchtet, Erwachsene um Hilfe zu bitten. Dies erzeugt in dem Kind eine Hyperwachsamkeit, indem es lernt, bei Erwachsenen nach äußeren Zeichen zu suchen, ob es in Ordnung ist, seine Bedürfnisse zu erfüllen und dass es seinen eigenen Körpersignalen nicht vertrauen darf. Das Kind lernt bald, immer erst auf andere zu blicken, um zu erfahren, wie es jetzt denken oder fühlen sollte, anstatt seinen eigenen Gefühlen zu vertrauen. Der Kult wird jetzt das Zentrum der Kontrolle über das Kind. Dritter Schritt, nichts zu wünschen. Das Kind wird in ein Zimmer mit bevorzugten Spielzeugen gebracht. Ein liebenswürdiger Erwachsener kommt in den Raum und animiert das Kind zum Spielen. Dieser Erwachsene kann ein Freund, Tante, Elternteil oder Trainer sein. Kind und Erwachsener können sich mit Fantasiespielen über die heimlichen Wünsche des Kindes, Träumen oder Bedürfnissen beschäftigen. Dies wird zu mehreren Gelegenheiten vorkommen, um das Vertrauen des Kindes langsam zu erwerben. Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Kind streng wegen irgendeines Aspektes bestraft, weil es sich etwas wünschte oder seine Fantasie mit dem Erwachsenen teilte. Die Bestrafung schließt die Zerstörung des bevorzugten Spielzeuges ein, wie das Löschen oder Rückgängigmachen der inneren sicheren Orte, die das Kind sich geschaffen haben kann oder sogar die Zerstörung von kultfremden Beschützern. Dieser Schritt wird mit Variationen viele Male in den nächsten Jahren wiederholt. Ab und zu werden die Geschwister des Kindes, Eltern oder Freunde benutzt, um die Fantasien zu enthüllen, die das Kind ihnen während des Tages oder in unvorsichtigen Momenten erzählt hat. Der scheinbare Grund, den der Kult gibt, ist, dass dieser Schritt ein Kind schaffen soll, das nicht fantasiert, das mehr nach außen orientiert ist und weniger nach innen. Mit anderen Worten, das Kind soll in allen Aspekten seines Lebens, einschließlich der inneren, Erwachsene um Erlaubnis bitten. Die Realität ist hingegen, dass dieser Schritt alle sicheren Orte zerstört, die das Kind innerlich geschaffen hat, um sich vor dem Grauen zurückzuziehen, das es erlebt. Dieser Schritt schafft dem Kind das Gefühl, dass es keine wahre Sicherheit gibt, dass der Kult immer herausfinden wird, was es denkt. Übungen wie diese werden auch benutzt, um junge Abspaltungen im Kind zu erschaffen, die von sich aus den Kultrennern sichere innere Orte verraten oder über heimliche Wünsche gegen den Kult, die andere Anspaltungen haben. Dies führt dann dazu, Innensystemfeindseligkeit und Spaltungen entstehen zu lassen, die der Kult über die Lebensspane der Person manipulieren wird, um sie zu steuern. Vierter Schritt, nur der Stärkere überlebt. Mit diesem Schritt beginnt man mit der Erschaffung von Täterabspaltungen in dem jungen Kind. Man erwartet von allen Kultmitgliedern, dass sie Täter, ihnen werden, dies fängt in früher. Kindheit an. Das Kind wird in einen Raum gebracht, wo es einen Trainer und ein anderes Kind gibt, von ungefähr dem gleichen Alter oder ein bisschen jünger als das Kind, das unterrichtet wird. Das Kind wird vom Trainer heftig für eine lange Zeit geschlagen. Dann wird ihm befohlen, das andere Kind im Raum zu schlagen, oder die Schläge gehen weiter. Wenn das Kind sich weigert, wird es streng bestraft, ebenso wird das andere Kind so bestraft, wie es dem ersten Kind befohlen wurde zu tun. Wenn das Kind fortfährt abzulehnen oder weint oder versucht, den Trainer stattdessen zu schlagen, wird es weiter festgeschlagen und ihm weiter befohlen, das andere Kind zu schlagen, um seinen Zorn auf das andere Kind zu richten. Dieser Schritt wird wiederholt, bis das Kind sich schließlich fügt. Dieser Schritt wird im Alter von zwei bis zweieinhalb Jahren begonnen und wird benutzt, um aggressive Täter, Abspaltungen in dem jungen Kind zu schaffen. Wenn das Kind älter wird, werden die Strafanwendungen immer brutaler. Man erwartet, dass Kinder von sehr jungem Alter anzutätern werden und sich gegen jüngere Kinder wenden, mit der Ermunterung und Belohnung der Erwachsenen. Sie werden diese Erwachsenen nachahmen, die immer wieder Gewalt gegen Schwächere als ganz normal ausüben. Dem Kind wird gelehrt, dass dies die annehmbarste Methode ist, aggressive Impulse und Wut herauszulassen, die aus der Brutalität entstehen, der das Kind immer wieder ausgesetzt ist. Fünfter Schritt, der Code des Schweigens. Viele, viele unterschiedliche Kunstgriffe werden benutzt, um dies einzugeben, beginnend im Alter von zwei Jahren, wenn ein Kind anfängt mehr zu sprechen. Üblicherweise nach einem Ritual oder Gruppentreffen wird das Kind gefragt, was es sah oder hörte während der Versammlung. Wie die meisten gehorsamen jungen Kinder wird es erzählen. Es wird sofort brutal geschlagen oder gefoltert und eine neue. Spaltperson wird geschaffen, der befohlen wird, die Erinnerungen an das Gesehene bei Todesandrohung zu bewachen. Der neue Teil stimmt immer zu. Das Kind und dieser neue Teil werden einer Zeremonie von Schwüren unterzogen, um nie und nimmer etwas zu erzählen, weitere Abspaltungen werden geschaffen, deren Aufgabe es ist, den Körper zu töten, wenn die anderen Teile sich jemals erinnern. Im Kind wird auch durch harte psychologische Folter sichergestellt, dass es niemals in Versuchung kommt, zu sprechen. Dazu gehört, lebendig begraben werden, fast ertränkt zu werden, Zeuge werden vom Tode des Verräters, was langsame schmerzhafte Folter bedeutet, wie verbrannt zu werden oder lebendig enthäutet, mit einer zum Teil verfaulten Leiche begraben werden, und dass ihnen gesagt wird, dass es eine Leiche wie diese sein wird, wenn es jemals reden sollte. Die Szenarien gehen unentwegt weiter, von Leuten mit unendlich grausamen Vorstellungen erfunden, um das Schweigen des jungen Kindes sicherzustellen. Diese Methoden wurden durch Praktizieren des Kultes mit Kindern über hunderte von Jahren perfektioniert. Der Grund, warum diese Dinge getan werden, ist klar, der Kult ist an kriminellen Aktivitäten beteiligt, wie in den ersten Kapiteln dieses Buches erklärt, und sie wollen das dauernde Schweigen ihrer Kinder sicherstellen. Dies ist ein Grund, warum der Kult so lang überlebt hat mit seinem kontinuierlichen Leichentuch von Geheimhaltung, warum die meisten Überlebenden Angst haben, ihren Missbrauch aufzudecken. Um Kultgeheimnisse zu enthüren, muss ein Kind durch enorm entsetzliche psychologische Traumas und unvorstellbaren Missbrauch gehen. Sogar als ein Erwachsener hatte überlebende Schwierigkeiten, diese Dinge beiseite zu stellen, wenn er ihren Missbrauch bespricht. Kindern und Erwachsenen wird gleich gesagt, dass sie, wenn sie jemals reden, intensiv gejagt und erschossen werden, dass sie langsam gefoltert werden, die Attentatsübung lässt das Kind wissen, dass das keine leere Drohung ist. Das Kind wird während des Heranwachsens ständig Inszenierungen und Rollenspielen ausgesetzt, die diesen Schritt verstärken. Vorschläge, die helfen können Ich möchte einige Anregungen geben, wie die zuvor genannten Programmierungen rückgängig gemacht werden können. Das Wissen allein nützt nicht viel, man muss es auch anwenden. Die, der Überlebende braucht Werkzeuge, um wenigstens teilweise etwas des durch den Kult erlittenen entsetzlichen Missbrauchs verarbeiten zu können. Dies gilt besonders dann, wenn die ersten Erinnerungen kommen. Die Vorschläge stellen nur eine hilfreiche Anregung dar und ersetzen in keinem Fall den Rat eines guten Therapeuten. Erste frühe Milieuprogrammierung Dies ist schwer zu überwinden, da es um extrem harte Verlassenheits- und Ablehnungsgefühle des Überlebenden geht. Dies waren oft die allerersten Erfahrungen als Kind in der Beziehung zu den Eltern und engsten Familienmitgliedern. Daran zu arbeiten benötigt die ganze mutige Anstrengung aller abgespaltenen Systeme im Innern, um die Spaltungen durch das Erfahren elterlicher Ablehnung aufzuheben und zu erkennen, dass der Tag auch wichtig war, dass die Erwachsenen um das Kind die krankhaften waren. Die Babys fühlen sich ungeliebt und überfüßig, deprimiert. Aber fürsorgliche, beschützende Abspaltungen in ihnen können sie trösten und ihnen nahe bringen, dass sie wirklich liebenswert sind, egal was die Erwachsenen zu ihnen sagten. Therapeutische Unterstützung von außen, verbunden mit einem starken fürsorglichen Vertrauen, kann enorm im Heilungsprozess helfen, da neue Botschaften in die verlassenen, verletzten Anteile gebracht werden. Es braucht Zeit, um zu sortieren, was wirklich geschah, sich nicht mehr zu grämen über das Verlassenheitsgefühl und den sehr jungen, tief verletzten Anteilen die Angst zu nehmen. 2. Frühe absichtliche Spaltung Alter 0 bis 24 Monate, meist hatte überlebende Anteile mit sehr guter Erinnerung, die den Missbrauch niemals vergessen haben und helfen können, die kognitive Realität des Missbrauchs mit den amnesischen Abspaltungen zu teilen. Dies sollte äußerst langsam geschehen, da dieser erste Missbrauch wirklich sehr früh im Leben stattfand. Eine innere Kinderstube mit sicheren Spielzeugen und Gegenständen zu schaffen, kann helfen. Ältere erziehende Erwachsenen ab, Spaltungen innen drin können sich um die verwundeten Babys, Kleinkinder in der Kinderstube kümmern und ihnen Halt und Trost geben. Sie schenken ihnen Aufmerksamkeit und Anerkennung, um den erlittenen Missbrauch zu überwinden. Es ist wichtig, die jungen Abspaltungen zu bestätigen und ihnen zu glauben, wenn sie hervorkommen, um Anteil zu nehmen. Das Erlauben auf nonverbalem Wege, sich auszudrücken, kann helfen, weil diese sehr jungen Teile oft noch nicht sprechen können. Ältere Kinder innen drin, die ihnen nahe sind, können ihre Wünsche und Bedürfnisse in Worte fassen, ihre Ängste mindern, da diese jüngsten Teile innen drin oft keinem Erwachsenen trauen, nicht einmal den inneren Erwachsenen Personen teilen. Zur Heilung ebenfalls wichtig ist ein starker, fürsorglicher Therapeut im Außen, der eine natürliche Erziehung auf ein System modelliert, das keine Vorstellung von natürlicher Erziehung haben kann. Die Bedürfnisse des Kindes zur äußeren Erziehung werden dabei mit den Bedürfnisse des inneren Systems, Systeme, ausbalanciert, um seine eigenen Erziehungstechniken zu erlernen. Innere Helfer können die Babys, Kleinstkinder erreichen, ihnen Sicherheit bieten und sie an die gegenwärtige Realität heranführen, dass der Körper älter ist, die Kinder sicher sind etc. Diese Helfer können innere ältere Kinder sein, wie schon erwähnt. Vielleicht findet der Überlebende auch unterstützende Erwachsene, die mit dem Modellieren natürlicher Fürsorge in gewissen Grenzen helfen können. Dritte die ersten fünf Schritte der Disziplin. Es sind zwölf insgesamt, andere werden in späteren Kapiteln angesprochen versucht die Teile zu finden, die den Missbrauch erlebten. Dabei kann eine innere Landkarte helfen, Bilder zeichnen von dem, wie es innen aussehen mag. Bitte die kognitiven, intellektuellen, Abspaltungen oder die Aufpasser, Führer, um Auskunft. Ein innerer Helfer oder Beobachter kann auch äußerst hilfreich sein. Ermögliche diesen Teilen, langsam die Höllenqualen anzuerkennen, die sie während ihrer Entbehrungen erlebten, Hitze, über einem Feuer oder Ofen gehalten zu werden, Kälte, wie ZB in Tiefkühlschränke oder es gestellt zu werden, Mangel an Nahrung etc. Fördere zuerst das Teilhaben am kognitiven Anteil der Erinnerungen, indem du die amnestischen Abspaltungen unterstützt, diese Dinge herauszuhören. Gib ihnen Zeit, das Gehörte aufzunehmen. Da sie über lange Jahre ihrer Kindheit vorkamen, wird es auch Zeit kosten, sich anzupassen. Heilung kann nicht künstlich beschleunigt werden. Erlaube den Gefühlsabspaltungen, langsamer voranzukommen und langsamer ihre Gefühle gemeinsam zu teilen, während mehr kognitive oder Helferteile im Innern sind, die während des Erinnerungsprozesses ihre Hände halten und ihnen Halt im Hier und Jetzt geben. Eine Gruppe von Innenpersonen kann als Bodenpersonal vorgesehen werden, um den Teilen Halt zu geben, die nach vorn kommen und ihre Erinnerungen mitbringen. Eine sichere Aufarbeitung der Erinnerungen setzt voraus, dass ein qualifizierter Therapeut zur Verfügung steht und auch die Vorarbeit durch gut funktionierende innere Zusammenarbeit erfolgt ist. Erinnerungsarbeit sollte nicht getan werden, bis es gute Kommunikation und Zusammenarbeit im Innern gibt oder die Person wird von den Erinnerungen, die hervorkommen, überschwemmt werden. Statt Hilfe und Stabilisierung zu erlangen, wird sie durch die Überflutung erneut traumatisiert und destabilisiert. Mit guter Kommunikation können Erinnerungen in kurzer Zeit deutlich gemacht werden, während kognitive Abspaltungen den Überlebenden beständig davor bewahren, die gesamten Erinnerungen auf einmal abzurufen und diese können auch helfen, die stärker verletzten Anteile zu stabilisieren. Der Kult programmiert Menschen auf verschiedene Weise, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, Abspaltung des Intellektes oder des Erkenntnisvermögens von den Gefühlen in einer Person. Verstandesorientierte Abspaltungen in diesen Systemen sind immer höher bewertet als gefühlsorientierte Abspaltungen, Verstandes-Abspaltungen wird gelehrt, ihre Gefühle den niedrigeren Gefühlsabspaltungen zu überlassen. Obwohl diese Aussagen falsch sind, werden die verstandesorientierten Abspaltungen heftige überwältigende Emotionen fürchten, die sie veranlassten, sich innerlich immer weiter und weiter abzuspalten von den beweglicheren gefühlsbetonten inneren Abspaltungen. Dies führt zu fortgesetzter System Zersplitterung in dem Überlebenden. Es ist wichtig, dass den kognitiven Anteilen klar wird, dass die gefühlsbetonten Abspaltungen ein Teil von ihnen sind, dass sie üben können, ihre Gefühle in kleinen Schritten gemeinsam zu nutzen, ohne überschwemmt oder überwältigt zu werden. Zur Erinnerung, äußere Sicherheit ist das Wichtigste, um innere Programmierungen rückgängig zu machen. Man muss diesen Anteilen äußere Sicherheit versprechen können und dieses Versprechen einhalten, oder sie werden verständlicherweise davor zurückscheuen, innen an der Deprogrammierung zu arbeiten. Warum sollten sie es versuchen und sich ändern, nur um wieder zurückzugehen und erneut bestraft zu werden? Kein System wird seine eigene vorsorgliche Trennung rückgängig machen, wenn der Missbrauch andauert, oder es wird fortfahren zu destabilisieren und wird fortfahren, sich immer wieder und wieder zu spalten. Dies ist so, weil die Demontage der Trennung gleichbedeutend ist mit dem Aufgeben des eigenen Überlebens und Schutzes. Den Kontakt zu den Tätern zu stoppen und einen sicheren Therapeuten zu haben, sind die allerersten Schritte, bevor man versucht innere Programmierung rückgängig zu machen. Ein System kann noch am Abbruch des Kultkontaktes arbeiten und schon zu heilen beginnen, noch während Kultzugriffe erfolgen, aber es wird die Therapie enorm verlangsamen, weil die innere Energie viel mehr für die Sicherheit verwendet wird als für die Enttraumatisierung. Eine Person kann heilen. Und die meisten Überlebenden sind noch im Kult, wenn sie die Therapie betreten. Aber der Fortschritt wird viel schneller gehen, sobald der Kultkontakt abgebrochen wird. Siehe Kapitel 12 über Schutz vor Rückruf der Überlebenden. Kapitel 5 Farben, Metall und Juwelenkodierung Farbenkodierung Eine bei den Illuminaten sehr häufige Form von Programmierung ist die Farbenprogrammierung. Warum wird es gemacht? Die Antwort ist, dass Trainer auch Menschen sind und auch dementsprechend faul. Farbenprogrammierung ist eine einfache Art und Weise, Systeme zu organisieren und sie erlaubt dem Trainer, eine Abspaltung im System schnell aufzurufen. Mit den tausenden von Bruchstücken, die viele Kultmultiple haben, sind Farben ein Weg, sie in leicht zugänglichen Gruppen zu organisieren. Auch erkennen junge Kinder Farben schon bevor sie lesen können, sodass diese Ausbildung schon früh vorgenommen werden kann. Bei den meisten Kindern wird sie im Alter von zwei Jahren angefangen. Wie es gemacht wird, das Kind wird in einen Raum mit weißen, beigen oder farbigen Wänden gebracht. Wenn der Raum eine neutrale Farbe hat, werden die Lichter im Zimmer verändert. So färben sie den Raum mit der Farbe des Lichtes. Wenn Blau die einprägende Farbe ist, wird der Trainer eine junge Kindesabspaltung aufrufen, entweder einen Aufpasser oder Kernfragment aus einem System. Sie werden das Kind lehren, wie man Blau wird und was Blau bedeutet. Das Zimmer wird in dieser Art von Programmierung, wie gesagt, in blauem Licht gebadet oder ist blau bestrichen. Der Trainer trägt blaue Kleidung und kann sogar eine blaue Maske aufhaben. Blaue Gegenstände werden im Zimmer aufgestellt. Das abspaltende Teil im Kind wird aufgerufen, mit Drogen betäubt, hypnotisiert und auf dem Tisch traumatisiert. Wenn sie vom Trauma erwacht sind, immer noch in Trance, wird ihnen gesagt, dass Blau gut ist und dass sie blau sind. Dass Blau wichtig ist. Dass Blau sie vor Schaden schützen wird. Dass blaue Leute nicht verletzt werden. Dies wird so für eine Zeit lang weitergehen. Sie fragen dann das Kind, ob es blau sein will wie die Trainer. Wenn das Kind ja sagt, machen sie weiter, wenn das Kind nein sagt, wird es erneut traumatisiert werden, bis es ja sagt. Das Kind ist oft nackt und bekommt gesagt, dass es Kleidung nicht tragen kann, bis es das Recht verdient hat, schöne blaue Kleidung zu tragen. Wieder und wieder wird die Sicherheit, blau zu sein, zb. Schutz vor Schaden und die Gefahr, es nicht zu haben, betont. Wenn die Kinder eine gewisse Zeit so behandelt wurden, wollen sie tatsächlich blau sein. Ihnen kann ein blaues Bonbon als Belohnung dafür gegeben werden, dass sie die Farbe Blau zu werden gewählt haben. Ihnen kann eine blaue Sonnenbrille gegeben werden, oder? Sie dürfen blau getönte Linsen tragen. Man lässt sie blaue Kleider tragen, sobald sie sich mit der für sie ausgesuchten Farbe identifizieren. Sobald sich das Kind vollkommen mit der Farbe identifiziert, oder die Hauptabspaltung oder Schablone des Systems diese Farbe akzeptiert, wird es in progressiven Schritten über viele Trainingssitzungen darüber unterrichtet, was die Farbe Blau bedeutet. Sie sind in einem Aufbau oder Drama mit anderen blauen Kindern, wo sie die Rolle eines Blaus spielen. Sie werden unter Drogen gesetzt, hypnotisiert, traumatisiert, während die Bedeutung des Blau immer wieder stark herausgestellt wird. Sie werden gezwungen, auf blauen Arten und Weisen zu handeln. Verschiedene Trainer und Regionen werden unterschiedliche Bedeutungen unterschiedlichen Farben zuweisen. Viele militärische Systeme sind blau oder vorsorglich blau kodiert. Militärische Abspaltungen werden periodisch einberufen, um Blau-Verstärkungstrainings zu absolvieren. Wenn der Trainer zu einem späteren Zeitpunkt auf ein blaues System zugreifen will, kann er es mit der Farbe aufrufen oder ein Stück Kleidung oder ein Halstuch in der Farbe tragen, die er erreichen will. Dies wird ein unbewusster Auslöser, damit diese Farbe hervortritt. Farbkodierung ist eine der ersten Methoden, die in ein System eingefügt werden. Ein vollständiges System kann mit einer Farbe kodiert sein oder zwei oder mehr Farben können programmiert sein. Jedem Teil Systemwächter, die meisten Systeme haben drei, wird eine andere Farbe für seinen Systemanteil gegeben. Metallprogrammierung Metallprogrammierung ist eine Art von Programmierung, die viele der Illuminatenkinder erhalten. Weil sie der Juwelprogrammierung ähnlich ist, werde ich unter Juwelen beschreiben, wie es gemacht wird. Metalle können von Bronze, am niedrigsten, bis zu Platin, am höchsten, gewählt werden. Juwelprogrammierung Viele Illuminatenkinder werden entweder durch Metall oder durch Juwelprogrammierung gehen und ab und zu durch beide. Juwelen werden höher gewertet als Metall und sind schwerer zu bekommen. Welche Kodierung gewählt wird und wann, ist abhängig vom Status des Kindes, dem Status seiner Eltern, der Region, in der es geboren wurde, von der Gruppe, in die es geboren wurde und von den Trainern, die damit arbeiten. Sowohl Metall als auch Juwelprogrammierung sind auf Belohnung aufbauende Programmierungen. Und so funktioniert es, dem Kind wird ein Schmuckstück gezeigt, wie ein Ring oder sonst ein großes Stück eines Juwels oder Metall. Es wird gefragt, ist dieser ametalpsiloneste oder Rubin, Smerakt, Diamant, nicht schön. Das Kind wird das Stück gerne ansehen und anfassen und der Trainer ermutigt es mit einer weichen, liebenswürdigen Stimme. Der Trainer wird das Kind fragen, ob es nicht so schön sein möchte wie dieser Juwel oder Metallschmuck. Üblicherweise stimmt das Kind zu. Hier ist ein funkelnder Edelstein in seine kleinen Händen gelegt, die Ausbildung fängt oft zwischen zwei und drei Jahren an. Natürlich wird es schön, glänzend und wertvoll sein. Der Trainer wird die Schönheit des Edelsteines oder Metalls loben, wird dem Kind sagen, dass Edelsteine etwas ganz Besonderes, Geschätztes, Wertvolles sind, um zu dem Wunsch aufbauen, wie ein Juwel zu werden. Es wird dem Kind dann gesagt, dass es, um ein Juwel zu werden, das Recht verdienen müsse. Dies betrifft, a, durch die Schritte der Disziplin gehen, siehe Kapitel 3, b. Sonderprüfungen durchlaufen c, für besondere Leistung belohnt werden. Um ein Juwel oder Edelmetall zu werden, wird dem Kleinkind wie eine Karotte vor die Nase gehalten, als Belohnung dafür, in den Ausbildungen erfolgreich zu sein. Ein Juwel zu werden ist damit verknüpft, durch die Ränge des langen, mühsamen Ausbildungsprozesses zu gehen, der von diesen illuminaten Kindern erwartet wird. Ein Juwel oder Metall zu sein bedeutet, im Status hervorzutreten und gepriesen zu werden. Aber der Preis ist Erdöldung vieler Stunden von Missbrauch, Ausbildung genannt, aber in Wirklichkeit ist es geplanter systematischer Missbrauch, der das Kind tun lässt, was der Trainer von ihm verlangt. Im Laufe der Zeit, mit der Hilfe von Drogen, Hypnose, Schock und anderem Traumata, die das Kind im Ausbildungsprozess durchläuft, wird es seine Juwelen oder Metalle Stück für Stück verdienen. Diese werden zu vollständigen inneren Abspaltungspersonen. Ahmet Halbsidoneste ist gewöhnlich der erste verdiente Edelstein und wird mit dem Schweigegebot verbunden, niemals zu reden. Das entspricht dem ersten Schritt der Disziplin. Jeder Schritt ist mit dem Erlangen eines Juwels oder Edelmetalls gekoppelt. Der Rubin wird oft der nächste Stein sein und wird mit sexuellem Missbrauch und inneren Sexualabspaltungen verkettet. Wenn das Kind immer wieder sexuell traumatisiert wird und überlebt, oder sex Sklavenabspaltungen bildet, um Erwachsenen zu dienen, wird es belohnt, indem es ein Rubin werden darf. Der Smerakt kommt oft sehr viel später, Alter 12 bis 15. Er wird für sehr kostbar gehalten und ist mit Familientreue, Hexerei und geistiger Leistung verkettet. Smerakte haben oft eine schwarze Katze oder eine enge Verbindung dazu. Diamant ist der höchste Edelstein und nicht alle Kinder werden ihn verdienen. Er wird für eine hohe Leistung erhalten und darf nicht vor dem Erwachsenen Alter. Verdient werden, erst nachdem man strenge Aufgaben erfüllt hat. Er ist die WächterInnenperson, der Aufpasser und Kontrolleur in einem Juwelsystem. Ein Diamant hat alle zwölf Schritte der Disziplin passiert und zusätzlich ungewöhnliche Prüfungen bestanden. Ihn wird höchste Familientreue auszeichnen. Familienjuwelen werden oft während Trainingssitzungen von Trainern und Familienmitgliedern weitergegeben. Alle hohen Illuminatenfamilien haben Juwelen versteckt in geheimen Tresorräumen, welche über Generationen weitergegeben werden. Den Kindern wird, sobald sie ihre Programmierung erhalten haben, als Gedächtnishilfe oder Belohnung oft ein Schmuckstück für die Tageszeit mitgegeben. Einem Kind kann ein Rubin als Ring oder Brosche zum Tragen gegeben werden, in der Tat können Großeltern oder Eltern das Kind missbrechen, welches den Stein trägt. Zu rituellen Anlässen darf das Kind Schmuck vom Familienschatz tragen, sobald es einen gewissen Status erreicht. Vielleicht darf es eine Rubin-Anhänger oder ein Smerak-Darmband während hohe Rituale tragen und es wird wirklich stolz darüber sein, da der Kult vor allem und zuvorderst immer eine äußerst statusbesessene Gruppe ist. Die Kinder übernehmen diese Haltung und die Erwachsenen werden ein großes Getu um die Kinder machen, die das Recht erworben haben, Juwelen tragen zu dürfen. Das gibt ihnen einen riesigen Ansporn, sie zu verdienen. Vorschläge, die beim Deaktivieren dieser Programmierungen helfen können. Farbprogrammierung, es ist wichtig, gute Kommunikation sowohl intern mit Innenpersonen als auch mit dem äußeren Therapeuten zu haben, während an der Farbenprogrammierung gearbeitet wird. Wenn eine Individuum bemerkt, dass gewisse Teile sich für eine bestimmte Farbe halten oder wenn dies in der Therapie hochkommt, werden diese nach Möglichkeit herausfinden wollen, wie sie zu diesem Glaubensprinzip kamen. Behutsam aufzudecken, wie die Farben implementiert wurden, ist hilfreich. Traurig über die riesige Menge Betrubes, die Menge von Missbrauch, die im Kind angehäuft wurde und die endlos betrogen wurden und die sehr jungen Abspaltungen, die die Original-Schablonen waren, können erscheinen. Diese Teile können sich kaum mündlich verständigen und wollen vielleicht ihre Erlebnisse aufmalen oder in farbigen Collagen darstellen, mit der Hilfe von älteren inneren Teilen, um einer sicheren Außenperson zu beschreiben, wie ihre Realität gewesen ist. Es kann helfen, ihnen vorsichtig zu vermitteln, dass sie nicht nur eine Farbe sind, sondern Teil einer ganzen Person. Der Überlebende kann, während diese Abspaltungen diese Programmierung rückgängig machen, farbige Überlagerungen für eine Weile sehen, da diese ihre Erinnerungen teilen. Das ist normal, obwohl es sich unangenehm anfühlen kann, Objekte beispielsweise als gelb oder grün zu sehen. Sich selbst Halt geben, wissen wie man sich am realen Außen orientiert und geduldwerdenden Überlebenden helfen, sich durch diese Zeit hindurch zu arbeiten. Juwelprogrammierung und Metalle können komplexer sein, da die Vorstellungen des Kindes, seine besonderen Neigungen, Stolz und Status in diesen Abspaltungen verankert sein mögen. Rubine, Smerakte und Diamanten gelten als höhere Abspaltungen und besitzen Führerinnen, sowohl innen als auch im Außen. Hilfreich ist, ihre Bedeutung im System anerkennen, ihnen zuhören, wenn sie sich gegen das Verlassen des Kultes sträuben, der ihnen den äußeren Status gab, gibt, ihnen innen neue, wichtige Positionen geben. Sie können Systemführer und starke Verbündete werden, sobald sie sich entscheiden, den Kult zu verlassen, indem sie dem System Sicherheit garantieren. Aber sie werden oft unter den ablehnenden und resistenten Abspaltungen zu finden sein, die der Idee, zuerst den Kult zu verlassen, feindlich gegenüberstehen, dass sie sich nur erinnern, für gut ausgeführte Aufgaben belohnt worden zu sein und sie haben gelernt, die traumenden, minderwertigen Abspaltungen zu überlassen. Meistens werden sie überzeugt sein, nie missbraucht worden zu sein und sich nur daran erinnern, dass sie gemocht wurden und führen durften, oder man erzählte ihnen, etwas besonders Wertvolles zu sein. Hilfreich ist, zuhören wie sie fühlen, anerkennen, dass das Verlassen des Kultes für sie bedeutet, alles aufzugeben, was ihnen wichtig war, herausfinden, welche Gründe sie motivierten, versuchen, gesunde Alternativen zu finden, die ihre Bedürfnisse außerhalb von Kultversammlungen befriedigen. Einem Juwel ihnen Führerschaft zuzubestehen oder den Vorsitz bei internen Meetings zu geben, können für den Verlust äußerer Führerschaft entschädigen, wenn der Überlebende den Kult verlässt. Ihre wichtige Bedeutung in dem Überlebenden anzuerkennen ist auch wichtig. Einsehen, dass diese Teile von ihrem eigenen Missbrauch, Trauma äußerst abgespalten sind und keine Eide haben, sich zu erinnern. Aber sowohl der Überlebende als auch ein guter Therapeut können sie sanft in die Realität führen, indem sie sie wissen lassen, dass sie missbraucht wurden, dass sie eigentlich ein Teil der niedrigen emotionalen Teile sind, die missbraucht wurden und dass sie dies schließlich einsehen müssen. Diese Leistung zu vollbringen kostet Zeit und braucht gute äußere Unterstützung. Erlaube ihnen Gefühle. Sie werden zu Anfang oft sehr kalt und gefühllos sein, aber Gefühle werden kommen. Es beginnt mit Enttäuschung, dann bereitet es Schmerzen, sich von Kult getäuscht haben zu lassen, dann die Qual, sich klar zu werden, dass der Missbrauch, den sie anderen im Inneren überließen, eigentlich ihnen passierte. An diesem Punkt können sie wirklich depressiv werden, aber sie werden dem System auch eine enorme Stabilität und Kraft verleihen, sicher und kultfrei zu bleiben, sobald sie diesen Punkt erreicht haben. Dies sind einige Gedanken über Farben, Metall und Juwel-Programmierung. Andere Arten von Programmierung werden im nächsten Kapitel angesprochen. Kapitel 6 Gehirnwellenprogrammierung In diesem Kapitel werde ich Gehirnwellenprogrammierung ansprechen. Die Gehirnwellenprogrammierung, wie andere Programmierungen auch, hängt von mehreren Faktoren ab. Die Fähigkeit des Kindes zu spalten, die Region des Landes oder das Land, in dem das Kind aufwächst, die Fähigkeiten der Trainer, zu denen das Kind Kontakt hat, physikalische Hilfsmittel und vorhandene Ausstattung. Es gibt kein Rezept, in das jede Person passt, und es wäre lächerlich zu behaupten, dass alle Leute, die durch Gehirnwellenprogrammierung gehen, es auf dem gleichen Weg getan haben. Immer häufiger reden Programmierer, teilen gemeinsam ihr Wissen übers Internet, sowohl national als auch international, und berichten sowohl über Erfolge als auch über Misserfolge. Aber es gibt keine standardisierte Methodik für Gehirnwellenprogrammierung. Oftmals wird es vom Kind selber und auch durch die Launen des Trainers beeinflusst werden. Verschiedene Gruppen können die Systeme unterschiedlich organisieren oder versuchen, unterschiedliche Wirkungen zu erreichen. Was ist nun Gehirnwellenprogrammierung? Einfach gesagt bedeutet Gehirnwellenprogrammierung, ein junges Kind in ein tiefes Trance-Stadium gehen zu lassen, wo es dann lernt, in ein gewisses Gehirnwellenmöster zu spalten. Dies ist eine komplexe Fähigkeit, und nicht alle Kinder können dies erreichen. Das Ziel ist, dass das Kind zum Beispiel einen gleichbleibenden Delta-Status erreicht, wo Delta-Gehirnwellen auf dem EEG erscheinen, welches mit Elektroden am Kopf des Kindes verbunden ist. Üblicherweise werden zwei oder sogar drei Trainer an einem Kind während der Anfangsstufen arbeiten. Einer wird das Kind vorbereiten, eine hypnotische Droge benutzen, um ein Trance-Stadium zu induzieren. Eine abgewandelte Version der in traditionellen Krankenhäusern benutzten Elektroden sind am Kopf befestigt. Sobald der Delta-Status induziert ist, werden nur die Elektroden belassen, die zum Anzeigen der Deltawellen nötig sind, das erspart Zeit. Das vorbereitete Kind liegt auf dem Tisch eines Trainers und ist entspannt. Das Kind ist durchschnittlich achtjährig, wenn dies begonnen wird, da die Hirnrinde und die neurologische Entwicklung in früherem Alter nicht ausreichend ausgebildet sind. Es ist in der Vergangenheit bei Jüngeren erfolglos versucht worden. Diese Praxis wurde wegen des neurologischen Schadens und Erfolglosigkeit der Trainer aufgegeben. Der nicht vorbereitende Trainer erklärt dem Kind genau, was es erwartet, dass es in einen besonderen Zustand kommen wird, Delta-Status genannt. Der Trainer sagt dem Kind, während es im Trance-Stadium ist, dass es wissen wird, wann es das Stadium erreicht hat. Der Trainer erzählt der Spaltperson des Kindes, welche er herausgerufen hat, um eine Schablone oder Plattform für das neue System zu sein, das Delta gut ist. Er wird dies immer wieder betonen. Dann wird das Kind geschockt, um seine Lernfähigkeit zu vergrößern. Dies holt das Kind aus seinem betäubten Zustand und es wird wachsamer sein. Es wird dem Trainer gefallen wollen. Der Trainer sagt dem Kind, dass er will, dass es gewisse geistige Übungen ausführt. Er lässt das Kind rückwärts zählen, um es in tiefere Trance-Stadien zu versetzen. Andere mündliche Übungen zur Trance-Vertiefung können gemacht werden. Wenn der vorbereitende oder technische Trainer Delta Wellenformen sieht, gibt er oder sie dem verbalen Trainer ein Handzeichen. Der verbale oder Unterrichtstrainer wird das Kind sofort belohnen und sagt, gut, du bist jetzt in Delta. Der Trainer wird das Kind liebkosen und sagen, was für eine gute Aufgabe es tut. Sobald das Kind einmal aus dem Delta-Status herausrutscht, wird der verbale Trainer sofort wütend werden und das Kind zur Strafe schocken. Er wird dem Kind sagen, dass es Delta verließ, das gut ist und sofort zurückgehen soll. Die Einleitung mit dem Zählen wird wiederholt, bis der Delta-Status wieder erkannt wird. Wenn das Kind immer wieder für das Hineingehen belohnt wird, bleibt es in diesem Zustand für immer längere Zeiträume. Die Trainer benutzen konstant Biofeedback-Prinzipien, um das Kind zu lehren, in ein Gehirnwellen-Muster einzutreten. Wenn die Schablone beständig im Delta-Muster bleiben kann, wird sie belohnt. Dies wird über mehreren Monate immer wiederholt. Die Trainer haben jetzt eine Schablone, die immer im Delta-Status bleibt, die sie spalten können und als die Grundlage für ein neues Innensystem benutzen können. Sie werden dies wieder unter Benutzung von Drogen, Hypnose und Trauma tun. Wenn alles richtig gemacht wurde, wird das neu geschaffene System Delta-Wellen auf dem EEG aufzeichnen. Dem neuen System wird gelehrt werden, was Delta bedeutet. Die Trainer werden oft ein Delta-Zeichen, Dreieck, auf einem Projektor über dem Kopf aufblinken lassen und so das Delta-Muster einbrennen. Sie werden Roben mit Delta-Zeichen tragen und das Opfer in Kleider oder Roben mit dem Delta-Zeichen stecken. Sie werden den Abspaltungen unter Hypnose beibringen, was Deltas tun, wie sie handeln. Sie werden es belohnen, wenn es sich fügt und Elektroschücken oder sonst wie traumatisieren, wenn es nicht wie Deltas handelt. Ihm werden Delta-Aufgaben gestellt werden. Sie werden Hochgeschwindigkeitsfilme vorführen, die Delta-Funktionen zeigen. Sie können eine computerähnliche Struktur einbauen, die das System festhält und Bilder seines inneren Aufbaus zeigt, während das Opfer dabei in tiefer Trance ist, nachdem man durch Traumatisierung alle Gedanken entfernt hat. Diese sind einige Beispiele, wie Delta-Programmierung induziert werden kann. Andere Gehirnwellenstadien werden in ähnlicher Weise induziert. Als Grundlage für die Programmierung werden oft Schabronen verwendet, die sehr junge innere Kindesabspaltungen sind, die Teil eines Kernsplitters sein können. Übliche benutzte Gehirnstrukturstadien sind. Alpha ist der am leichtesten erreichbare Gehirnwellenzurstand und schließt sowohl die jüngsten als auch die am leichtesten erreichbaren Abspaltungen des Systems ein. Junge Kinder haben lange Zeiträume von Alpha-Aktivität und müssen trainiert werden, um über längere Zeiträume andere Gehirnwellenzurstände zu betreten. Systemzugangsprogrammierung, Zugangscodes und sexuelle Abspaltungen werden oft in Alpha gestellt, die in einigen Systemen auch rot kodiert sein können. Beta, dies ist der am nächst leichtesten erreichbare Status und verbindet sich oft mit aggressiven Impulsen. Das Beta-Stadium wird oft Kultbeschützer, innere Krieger und militärische Systeme enthalten. Diese können die kodierte Farbe blau haben. Gamma wird oft äußerst kulttreue Abspaltungen enthalten und enthält mehr Emotion als die anderen Stadien bis auf Alpha. Suizidprogrammierung wird oft in dieses System geschichtet, da diese Abspaltungen sich lieber umbringen würden als ihre Familie zu verlassen. Wissenschaftsprogrammierung kann in diesem System gehalten werden, da sie leicht und schnell auswendig lernen. Mehrere Sprachen können von verschiedenen Abspaltungen in diesem Systemen gesprochen werden, da die Illuminaten gerne Mehrsprachigkeit programmieren. Bis zu acht Sprachen können das sein, sowohl moderne als auch uralte werden gesprochen. Delta ist einer der mehr kognitiven Gehirnwellenzurstände und ist oft sehr stark getrennt. Es kann auch der regierende oder kontrollierende Status für die übrigen Gehirnwellensysteme sein. Der Delta-Status kann ihnen oft wie ein Computer konfiguriert sein und die Delta-Abspaltungen sind emotionslos und flach mit fotografischen Gedächtnissen. Sie können die meisten der kognitiven Erinnerungen der anderen Systeme enthalten, besonders wenn umfassende Amnesie-Programmierung gemacht wurde. Der Delta-Status kann bis zu drei Ausbildungsstiffen haben, Delta I, Delta II und Delta III, die auch in Zusammenhang stehen, den Sicherheitszugang im Kult zu erlauben, ZB. Zugang zu sehr vertraulicher Information Verhaltenswissenschaftsprogrammierung kann in diesem System enthalten sein. Innere Programmierer, destruktive, psychotische und Zerstörungsprogrammierung wie auch andere Strafprogrammierungsfolgen, um Systemzugang von außen oder innen zu verhindern, kann in Delta-Systemen enthalten sein. Es kann orange, blau, purpurfarb kodiert sein und stellt auch oft den Zugang zu höheren Innen-Systemen dar, wie Juwel- oder inneren Führungsräten. Epsilon, das ist oft ein verstecktes System und kann CIA-Programmierung und hochrangige Regierungsprogrammierung enthalten. Attentatsprogrammierung kann in dem System oder im Beta-System enthalten sein, was vom Trainer abhängt. Verdeckte Operationen, Kurierentsätze, lernen ein Subjekt zu beschatten oder Drop-Attack, Tarnung, herauskommen aus schwierigen Situationen können mit diesem System, das sich selbst als Schamel-Ehenartig ansieht, erledigt werden. Es kann braunfarb kodiert sein. Phi-Theta-Omega-Programmierung stellt die negative spirituelle Programmierung dar. Dies sind die dunklen Ritualabspaltungen, die an Blutritualen, Opferungen und Zeremonien teilnehmen. Innere Hexen, Zauberer, Seher, Medien, Vorträger und okkulte Praktiker werden in diesem System angesiedelt werden, das eine sehr hoch entwickelte rechte Gehirnhälfte und tiefe Transfähigkeiten besitzt. Die Farbcodierung wird oft schwarz sein. Dies ist eine Übersicht einiger der häufigeren Gehirnwellensysteme. Sie werden oft über mehrere Jahre erstellt, hauptsächlich im Alter von 8 bis 21 Jahren, wobei von Zeit zu Zeit die Programmierungen mehrmals verstärkt werden. Vorschläge Gehirnwellenprogrammierung ist eine sehr komplexe Form von Programmierung, die automatisch erinnerungsverlässt und Kommunikationsbarrieren zwischen den verschiedenen Gehirnwellenzuständen schafft. Sie wird durch Elektroschocks und Strafen verstärkt, um ihre Rückbildung oder Löschung zu verhindern. Innere Systemkontrollleurer und Programmierer sind auch beteiligt, um besonders nachts die Programmierung zu verstärken, wenn die Person körperlich eingeschlafen ist. Alle Gehirnwellensysteme haben Systemkontrollleure, üblicherweise in einer 3R-Gruppe, die Illuminaten lieben Triaden, als mystische und stabilste Zahl. Sie glauben, dass auf Triaden gegründete Systeme äußerst stark sind und zerbrechlich. Oft wird in Verzweigungen programmiert, drei Erinnerungsträger, drei Systemkontrollleure, etc. Mit der Hilfe eines guten Therapeuten muss der Überlebende die inneren Systemkontrollleure und Vermittler, Kommunikations-Leute, kennenlernen. Sie sind da, es muss sie geben, weil die Trainer sie dort erstellten, um mit ihnen zu kommunizieren und äußerlich Rechenschaft von ihnen zu verlangen. Oft werden sie vollständige Kenntnis über ihr eigenes System haben. Sie sind völlig emotionslos und getrennt von dem Wissen von ihrem eigenen Schmerz und Missbrauch, der sie schuf. Dies ist ein kühler, distanzierter Mechanismus und das Überleben der Person hing einmal von der Fähigkeit ihres Kontrolleurs ab, das zu tun. Sie werden oft richtig feindlich und sehr widerwillig sein, ihren eigenen Missbrauch anzusehen, sie werden empört sein über das Ansinnen und Erklären, dass sie bessere Erkenntnisse haben und über solchen Dingen wie Missbrauch stehen, eine weitere Lüge, die ihnen von ihren Missbrauchern erzählt wurde. Zeit, Geduld und herausfinden, was ihre Bedürfnisse sind, zuhören, wenn sie ihre Frustration herauslassen, hinweisen auf die Realität, z.B. die Kontrolleure und alle untereinander in Beziehung stehenden Anteile sind Teil der gleichen Person, alle wurden missbraucht, obwohl sie fähig waren, sich von ihrem Schmerz zu trennen und versuchen ihnen zu helfen, ihre Bedürfnisse zu erkunden, das Erkennen, Akzeptieren und Annehmen erlaubt ihnen, ihre bisherige Treue infrage zu stellen. Diese Systeme werden oft von Angst geleitet, Angst vor Strafe, Angst vor der Erinnerung, sie waren oft die am schlimmsten gefolterten Systeme im Überlebenden und ihnen wurde Amnesie für weitergehende Zusammenarbeit versprochen. Ihre Ängste sind real und sollten gehört und akzeptiert werden, denn Zerstörungs- und Überflutungsprogramme sind echte Gefahren für den Überlebenden und können seine Funktionsfähigkeit herabsetzen. Überflutungsprogrammierung ist eine Sequenz, die implantiert wurde, um ein System zu bestrafen, wenn seine innere Programmierung aufzuweichen droht oder einer unbefugten Person entweder von innen oder außen Zugang erlaubt wird. Es wird die Bruchstücke mit einbeziehen, die hochtraumatische Erinnerungen enthalten, sowohl emotionale als auch körperliche, und nach vorne getrieben werden, wo die Person überflutet wird mit Welle auf Welle von Erinnerungen. Wenn dies ausgelöst wird, was häufig während der Therapie geschieht, sollte es erste Priorität haben, die Erinnerungsflut zu verlangsamen. Dies kann bedeuten, zu versuchen, mit inneren Kontrolleuren oder Deltas, die die Überflutungen erlaubten, vernünftig zu reden. Sie müssen lernen, dass das ganze System geschwächt wird, wenn die Frontperson oder vorhergehende amnestische Abspaltungen kaputt gehen oder wieder zerstört werden aufgrund von Traumatisierung. Verhandle mit ihnen. Ein Gebet wird in dieser Situation helfen. Körperliche Sicherheit einschließlich stationärer Therapie kann erforderlich werden, wenn ein System überschwemmt wird oder ein Zerstörungsprogramm aktiviert wurde. Eine Suizidprogrammierung ist oft in beiden Typen eingelagert und äußere körperliche Sicherheit wird das Wichtigste für den Überlebenden sein, mit viel äußerer Verantwortung, wenn diese die intensiven Programmierungssequenzen rückgängig machen. Häufige Realitätsorientierung, neue, bessere Aufgaben zu erklären, kann helfen. Um Gehirnwellenprogrammierung rückgängig zu machen, sollte nur mit viel sicherer äußerer Unterstützung gearbeitet werden, das kann zusätzliche Therapiesitzungen einschließen. Stationärer Kliniker-Fenthalt ist erforderlich, wenn Programmierungen ausgelöst wurden, die Verlust von Funktionalität oder Selbstmord verursachen können und dieser sollte auf vermehrte innere Kommunikation und Zusammenarbeit eingestellt sein. Bisherige Jobs der Abspaltungen können verändert werden, vom inneren Programmierer zum inneren Deprogramierer, innerer Zerstörer und Bestrafer zum inneren Beschützer, innerer Reporter, die zum Kult berichten, können stattdessen darum gebeten werden, nach innen zu berichten, wie der Körper reagiert, um Sicherheit zu bewahren. Dies sind Beispiele von möglichen Veränderungen. Freunde dich mit den System-Kontrolleuren an, sie können starke Helfer werden und mit dem Therapeuten zusammenarbeiten, um Dinge für den Überlebenden sicher zu machen.